So Freunde, willkommen zu One Piece Folge 1033, mit dabei heute mal wieder der legendäre One Piece Squad mit OPT. Geil, Digger, was geht? Und Keigi. Was geht ab, Leute? Ich schnack nicht weiter rum, bei Just the Mudologs gibt's nochmal die Review zu dieser Folge, checkt das Ganze ab, checkt auch die Kanäle ab von den beiden Jungs hier und wir gehen rein in die Folge, die angeblich wie ein Movie animiert sein soll, also, let's go. Jetzt wieder vier Minuten open, ne Geil. Ich krieg Minuten, ich krieg kurz scheißen, ja. Ich habe immer mal Angst mit euch beiden zu chillen, wisst ihr das eigentlich? Das ist so ein lebendes Spoiler-Kanon, die das Chapter schon am Mittwoch lesen und ich lese es am Montag. Ey, es gibt jetzt schon Hinweise zu 61, zu 1061. Ey. Der G5-Mond. Na und dieser mal. Ey, was? Da ist er schon. Guck mal, Kei, oder? Fails in der Brandung. Oh, das ist so heiß hier, oder? Oh, sieht aber geil aus. Ja, ist das geil. Hä, guck mal, was für Stile-Elemente wieder. Vierte Wand durchbrochen. Dick, ey. Du süß, Digger, Zorro. Die Zigarette ist auch immer schief, ne? Die ist nie gerade, ist mir mal aufgefallen? Ja. Immer so eine Gimmelszigarette. Mittenstängel. Stunden. Was? Hä? Oho. Dick, einfach Devilman Crybaby auf einmal. Guck mal. Ja, ne? Ist echt so. Von der Animation. Oha, oha. Ja. Wie die das bewegt. Der geht ja voll ab. Lüger, wie geil sieht das aus. Ey, ich freue mich schon auf die Leute, die wieder schreiben, dass One Piece diese Woche schlecht animiert worden ist, weil die Animation so ist. Wow. Ja, wie er aussieht, hä? Ey, wie geil. An dieser Handlage haben sie über zwei Monate gesessen. Oh, Mann. Oh. Good dodge, Digger. Nice. Oh. Oh, Digger. Ey, ich werd glatt zum Kid-Fan. Ey, das war die Schelle, die Zuhälter-Schelle. Bam, Alter. Komm, wie er da sitzt, Digger. Ey, Lord, keine Sassy, oder? Ein bisschen Sassy ist er schon hier. Der nächste Anführer von Amazon Lily, Digger. Oh, Sassy und Sassy und Sassy und Dunkelkammer mit Kerzenlicht. Digger, Kai-Do vielleicht Sassy mitdenken? Das ist... Oh. Der belief, Digger. Oh. Was? Digga. Was? Aus dem Nichts? Dieser Übergang auf. Alter, mit den... Oh, guck mal, mit den neuen Haki. Oh mein Gott. Geil. Und das alte OST, Junge. Lobe is shit, man. 30 Jahre alte UfD. Also, das ist krass. Boah, das ist so geil. Das ist absolut Hammer. Mit dem neuen Haki. Was? Das ist ein Kaiserkampf, Digga. Alter, was? Digga. Ey, also Kaidos Blau mit dem blauen Hintergrund kommt auch ganz böse. Es sieht so schön aus. Der Mondschein. Oh, Digga. Was? Ey, mein Gott. Ey, ist das krass. Da ist Tophes Wunde noch. Ey, keine Forstrollers. Das sagt euch so, wie es ist. Oh, das ist krass. Oh, das ist so geil. Der Mondschein. Wow. Ey, shit, man. Eine Million FPS, Digga. Alter, wie geil. Da war es die Keule, Digga. Oh, da ist wieder Katakurisch. Ey, shit, man. Ich glaub's nicht. Das ist so krass animiert. Nein. Nein. Alter, dieser Mond. Der Mond. Die dumm. Doch, mehr kann man den ja gar nicht teasen, Digga. Er ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Er rennt wieder. Er ist schon auf dem Weg. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Die Brass ist geil. Oh, was? Das ist zu schnell. Oh, Digga. Der hat mir wehgetan, Digga. Jiu-Garu. Alter. Äh, den Jiga, lass grüßen. Let's go. Let's go. Alter, das erweiterte Königsrat. Krass. Alter, haben wir jetzt noch eine Hälfte, die so geil ist? Bitte nicht. Jetzt kommt doch erstmal, keine Ahnung, Nami und Lysop wieder, Digga, wegreiten vor Page One oder so. Nein. Nami. Komm, das ist wirklich. Alter, wie sauer sie ist. Nami auf Eier. Da liegt sie. Die pickt man dahinter, einfach. Mit dem Turn habe ich nicht gerechnet, Digga. Oh, Juge. Nami, Alter. Ey, was ist hier los? Nami. Nami kriegt spendiert hier. Dass ihr Kleid da auch nochmal festhält, ist auch eine Überraschung. Ach, diese. Oh, Schachmatz. Alter, jetzt einfach zerreißen. Ja, ja, eigentlich könnte es einfach... In der Attack on Titan wäre der Kopf schon ab, so. Einfach das Pokémon aktiviert. Was? Wow. Was? Oh, Digga. Was? Oh mein Gott, das sieht so fresh aus. Das ist mit einer geilsten Animation, die Big Mom okay bekommen hat. Was ist... Was macht die da? Ey, ich kann mich nur erinnern, dass das ein Manga war, ne? Alter, ich kann mich auch fast nicht dran erinnern. Ich kann mich auch fast nicht dran erinnern. Vorbei, ey. Es ist einfach... Was? Hä? Der Blick. Oh, die geht gleich insane hier. Ey, Matt, Respekt in Twinimation. Die haben diese Szene echt super gemacht, Alter. Ja. Der Arme, Junge. Ey. Der Arme, Digga. Ey. Der Reed MVP. Guck dir an, ey. Oh, ein Schuss. Mein Herz. Nein. Oh. Oh. Mein Ernst. Oh, Digga. Jeder Satz. Tritt nochmal nach. Jeder Satz. Oh. Nein. Oh. Oh, mein Gott. Alter, Alter. Was leuchtet da oben? Oh, der ist unglaublich. Oh. Ey, wenn das schon so geil ist, ne? Wie wollen die das denn noch top haben? Die blüten, die blüten, die blüten. Ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 3D, alles. Kamerafahrt. Oh, das darfst du dir das Gesicht wackeln. Das Gesicht wackeln ist dir da. Das ist übertrieben. Alter. Oh, es ist so schön, Mann. Sieht super aus. Alter, die ist so geile Folge. Oh. Alter. Oh. Nein, das macht er jetzt nicht. Ja, Kai, du bist so ein geiler Typ. Dick. Ey, Digger, ich hab's von Ruffy. Die legendäre Faust. Oh. Das sieht so geil aus. Der lacht. Ey, shit. Das ist so unglaublich. Er lacht auch. Komm. Ich find das die beste Ruffy vs. Kaido Folge. Alter. Alter. Boah. Diese Choreo. Diese Choreo. This is unglaublich. Bester One Piece Fight. Safe. Steht nicht zur Debatte. 0%. Die Manga-Animation ist auch im Town. Geht einfach weiter. Ey, er ist so glücklich. Hä? Hä? Der Moment, wenn man als Manga-Leser selbst den Kampf vergessen hat. Fällt er jetzt? Keine Power mehr. Ist er jetzt weg? Hä? Das war's. Das war's. Ey, das ist wirklich ein Facepalm, ja? Oh. Hä? Ich dachte, das dauert doch Monate. Thumbnail. Geile. Jetzt fängt er doch runter ins Wasser. Wird von Log. Ja, das blenden wir wahrscheinlich aus, was du gerade gesagt hast. Das war wieder eine insane Folge. Keine Ahnung, dass wir nächste Woche back sind. Wir gucken mal, was kommt vom Inhalt. Das sind auch noch oben da. Abon auf den Kanal. Moodrocks Review. Und die halt beiden Jungs abchecken. Bis zum nächsten Mal. One Piece is the greatest anime of all time. Ist nicht mehr normal. Haus rein. Ja.